Hören wir die Überlieferung von einem Diener, der damals in der früheren Zeit lebte. Die Überlieferung ist bei Bukhari und Muslim. Dieser Mann sagte, wenn ich sterbe zu seinen Kindern, so sollt ihr mich verbrennen. Dann sollt ihr meine Asche verteilen und der Wind wird sie hinwegnehmen. Denn bei Allah, wenn mein Herr Allah über mich die Macht hätte, so würde er mich derart hart bestrafen, wie er noch nie jemanden zuvor bestraft hat. Als er starb, wurde so mit ihm verfahren. Daraufhin fragte Allah diesen Diener, was hat dich dazu gebracht, das zu tun, was du getan hast? Der Mann sagte, oh mein Herr, die furcht dir gegenüber. Daraufhin vergab ihm Allah. Hören wir, was Sheikh Al-Islam sagte. Dieser Mann zweifelte an der Allmacht Allahs und daran, dass er zurückgebracht wird, sagt Sheikh Al-Islam. Nachdem er im Wind zerstreut wurde. Er glaubte sogar, dass er nicht zurückkehren wird. Diese stellt dem Konsens der Muslime Unglauben Kuffer dar. Sheikh Al-Islam sagt, hört zu, ihr Tepfiris. Er war jedoch unwissend, Jahl und wusste es nicht. Wobei er an Allah glaubte und fürchtete, dass Allah ihn bestraft, aufgrund dessen Allah ihm vergeben hat. Allahu Akbar. Jetzt haben wir eins gelernt. Es kann sein, dass eine Tat mit Konsens aller Gelehrten, was ist? Kuffer oder Schirk. Das heißt aber noch nicht, dass die Person auch ein Kaffir oder ein Muschrik geworden ist. Denn die erste Bedingung, wenn sie auch erfüllt ist, dass es eine Tat sein muss, wo der Kuffer oder der Schirk klar bestätigt ist, kommt noch eine andere Bedingung, die Ikamatul-Hujjah. Das heißt, dass die Person belehrt wird, damit man die Hinderungsgründe aus dem Weg schafft. Hinderungsgründe wie zum Beispiel Jahl, was wir hier im Hadith gehört haben, dass jemand unwissend ist. Hinderungsgründe wie Ta'wil, dass jemand vom Koran und von der Sunna etwas gelernt hat und dachte, dass er damit richtig liegt. Wir kommen gleich zu einem Beispiel. Oder das Beispiel von Al-Khattah, den Fehler. Wie ein Mann zu Allah Azzawajal sagte, er sagte, Allahumma an ta'abdi wa ana rabbu. Oh mein Herr, er sagte, oh mein Herr, du bist mein Diener und ich bin dein Herr. Der Prophet S.A.W. sagte, Er hat aus überwiebner oder übermäßiger Freude heraus einen Fehler begangen. Und wir haben noch einen Punkt, das ist Al-Iqra, der Zwang. Das sind Hinderungsgründe. Wenn diese Gründe vorliegen, darfst du eine Person nicht vom Islam ausschließen.